Dieses Auto ist wirklich verrückt. Eine tolle Kiste, so wurde der Fiat Panda genannt, aber das ist noch ein bisschen toller. Ein Cabrio in abgefahrenen Farben in einem Top-Zustand, den können Sie gewinnen bei der Oldtimer-Spendenaktion. Sie spenden, können das Auto gewinnen und das unterstützt die Lebenshilfe Gießen. Machen Sie mit! Untertitelung des ZDF, 2020